Sollte man seine Angehörigen mit einbeziehen bei der Planung einer Nasenkorrektur? Also ihr, die Patientinnen, Patienten, die eben über das Thema Nasenkorrektur nachdenken, sind oft wirklich jung und ich bewundere euch, ich bewundere so junge Menschen, die hier mit 20 Jahren, mit 19 Jahren oder so alleine kommen, sich beraten lassen und so eine weitreichende Entscheidung treffen. Ich finde es toll und bewundere es ehrlich und von Herzen. Dennoch rate ich eigentlich immer dazu, dass man seine näheren Angehörigen, seine Eltern, vielleicht seinen besten Freund oder seine beste Freundin mit einbeziehen sollte in so einer Entscheidung. Einfach weil doch, wie sagt man, vier Augen mehr als zwei sehen, vier Ohren mehr als zwei hören und weil man sich dann zu Hause nochmal so ein bisschen absprechen kann. Wie war das Beratungsgespräch? Kann man dem Arzt vertrauen? Erscheint der kompetent und so weiter? Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und meistens ist es ja so, dass die Angehörigen doch eher so ein bisschen die Bremse sind oder als Bremse erscheinen und vielleicht auch sagen, Mensch, lass das doch, das musst du doch gar nicht tun. Deine Nase ist doch eigentlich schön. Was soll denn diese kleine Veränderung? Warum willst du dich einem Risiko aussetzen? Natürlich mag man dem vielleicht aus dem Weg gehen, wenn man sich jetzt schon festgelegt hat auf seinen eigenen Weg. Aber ich glaube, so ein Korrektiv im Gespräch zu Hause ist auf jeden Fall auch wichtig und dem sollte man nicht aus dem Weg gehen. Und man sollte ja auch immer leider damit rechnen, dass es auch mal Probleme geben kann bei medizinischen Eingriffen immer und natürlich auch bei Nasenkorrekturen. Und dann hat man doch gar nichts davon, wenn man, sage ich mal, komplett heimlich oder gegen den Willen seiner Angehörigen sowas durchgezogen hat und am Ende dann vielleicht jemand kommt und sagt, siehste, hättest du doch mal und so weiter. Da ist es doch besser, man bezieht die Leute mit ein, man bringt sie mit zum Beratungsgespräch, man kann gemeinsam über sowas reden und gemeinsam Entscheidungen treffen. Und man hat eben in jeder Situation dann auch den ausreichenden Support der Angehörigen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig und kann deshalb nur hier so aus der Entfernung eben dazu raten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal da unten so ein Like da und bitte vergesst auch nicht unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns über jeden, der regelmäßig unsere Videos schaut und uns verfolgt. Also Aktivität auf eurer Seite ist gefragt, liken, abonnieren, Knöpfchen drücken da unten. Vielen Dank.